Wir beginnen die Sendung heute mal mit einem Blick über den Tellerrand ins europäische Ausland, speziell nach Ungarn und nach Serbien. Denn es ist sehr interessant anzuschauen, dass die Berichterstattung zu bestimmten Themen manchmal ganz anders gelagert ist als zum Beispiel hier in Deutschland, etwa beim Ukraine-Krieg. Mehr Infos dazu gibt es jetzt von DIN. In gleich zwei osteuropäischen Staaten fanden zuletzt wichtige Wahlen statt. Serbien und Ungarn haben ihre ohnehin schon regierenden Präsidenten wiedergewählt. Da wäre auf der einen Seite der bereits hinreichend bekannte Viktor Orban, der innerhalb der EU schon ein richtiges Bad-Boy-Image besitzt, und auf der anderen Seite Alexander Vucic, der mich, und das ist nicht böse gemeint, ein bisschen an Pepe den Frosch erinnert. In den hiesigen Medien kommen sowohl Orban als auch Vucic nicht sonderlich gut weg. Man kriegt sogar den Eindruck, die beiden haben gar nicht so wirklich Bock auf die EU, obwohl sie bereits Mitglied bzw. vermeintlich vielversprechender Beitrittskandidat sind. Schaut man sich Umfragen in den Bevölkerungen an, ist die EU dort beinahe so unbeliebt wie der Kosovo. So berichtet die Deutsche Welle, dass selbst sonst so liberale, junge Leute in Serbien lieber für sich bleiben, als mit uns EU-Europäern zusammen italienischen Bio-Wein zu trinken, berlinerischen Döner in Juppie-Soße zu tränken oder gar Fischen-Chips aus. Ach, ach nee, da war ja was. What shampoo do I use? Bevor wir uns aber quer durch die osteuropäische Presselandschaft schmölkern, kann es nicht schaden, das grobe Drumherum in Augenschein zu nehmen. Denn in beiden Staaten gab es in den 2010ern die vielleicht größten medialen Umwälzungen auf dem gesamten europäischen Kontinent. Natürlich gab es auch hier in Deutschland so einige mediale Ereignisse. Doch selbst so etwas wie die Insolvenz der Frankfurter Rundschau 2013 oder der urplötzliche Bartwuchs eines Kai Diekmanns sind nichts im Vergleich zu dem, was sich in Serbien und Ungarn getan hat. Fangen wir doch mal in Ungarn an und arbeiten uns durch diesen bunten Medien-Gulasch, bei dem es sowohl online als auch im linearen Fernsehen jeweils zwei Akteure gibt, die um das mediale Monopol streiten. Im Internet gäbe es da die Websites index und origo.hu. Beide wurden kurz vor der Jahrtausendwende gegründet und galten damals wie heute als wichtigste Anlaufstellen der ungarischen Bevölkerung, wenn es um Nachrichten geht. Während index.hu zunächst von unabhängigen Redakteuren gegründet wurde, wechselte es aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in den 2000ern mehrfach den Besitzer, bis es 2006 bei den Bankmanager Soltan Späder landete, der damals schon der Fidesz-Partei von Orbán nahe stand, damals allerdings noch in der Opposition. Nach dem Wahlsieg Orbáns 2010 trat der damalige Chefredakteur Peter Uy ein Jahr später von seinem Posten zurück, da er nach seiner eigenen Aussage einen Mitarbeiter aufgrund eines regierungskritischen Artikels entlassen sollte. 2017 kam der Unternehmer Lajos Simixa ins Spiel. Seit 2015 öffentlich erklärter Feind Orbáns, der das Portal übernahm und die Unabhängigkeit wahren konnte. 2020 wiederum schaltete sich Loring Mestaros ein, reichster Ungar überhaupt und Freund von Orbán. Dieser kaufte einen Großteil des Anzeigengeschäfts von Index, woraufhin im Juli erst der damalige Chefredakteur entlassen wurde und zwei Tage später über 80 Journalisten Index ebenfalls verließen, um ein unabhängiges Nachrichtenportal namens Telex zu starten. Beim Konkurrenten Origo lief das Ganze recht ähnlich. Gegründet von einer Tochterfirma der Deutschen Telekom ging es nach der Parlamentswahl 2010 schnell bergab, zumindest was Seriosität angeht. Zunächst kam es zu drei Chefredakteur-Neubesetzungen in vier Jahren. 2015 beschloss die Deutsche Telekom, sich aus dem Geschäft rauszuziehen und 2017 wurde Origo von New Wave Media übernommen, geleitet von Georgi Matulists Sohn, seines Zeichens Chef der Ungarischen Nationalbank und natürlich Mitglied der Fidesz. In der Zwischenzeit haben sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Origo News-Sparte ihre Jobs geschmissen und ein Jahr später wurde Origo Mitglied der sogenannten Kesma, auf die wir gleich nochmal zurückkommen werden. Schauen wir aber erstmal noch kurz im ungarischen Fernsehen vorbei, wo wir mit TV2 einen der beiden großen Sender finden, der ursprünglich von der ProSiebenSat.1 Media gegründet wurde. 2015 verkaufte das deutsche Unternehmen TV2 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ein paar regierungstreue Geschäftsleute, woraufhin die Zahl der Tochtersender plötzlich von 4 auf 13 anstieg, binnen drei Monaten. Neben TV2 gibt es dann ja noch den zweiten großen Sender und dieser hat es tatsächlich geschafft bis heute unabhängig zu bleiben. Der journalistische Garant für nach unseren Maßstäben beste Berichterstattung in Ungarn trägt den Namen und jetzt, halte durch fest, RTL. Und ich denke spätestens jetzt sollte auch dem letzten klar sein, wenn ein ungarischer Tochtersender von Radio Fucking Television Luxemburg aka das beste deutsche Nachmittagsprogramm das seriöse Aushängeschild einer Fernsehlandschaft ist, dann weiß man, in diesem Land leben ganz, ganz arme Menschen. Vor kurzer Zeit hat uns Viktor Orban die Identifikation der einzelnen Medienhäuser, die regierungstreu sind, sehr einfach gemacht, denn mit der vorhin bereits erwähnten Kesema wurde eine regierungsnahe Stiftung gegründet, der an einem einzigen Tag fast 500 Medienunternehmen per Schenkung zugeteilt wurden. Das ist aus demokratischer Sicht natürlich nicht sehr toll, für Außenstehende nimmt es einem aber sehr viel Arbeit ab, wenn man zum Beispiel für ein medienkritisches Format auf der Suche nach regierungstreuen Unternehmen ist. Parallel zu all diesen Entwicklungen in Ungarn fand im Nachbarland Serbien so ziemlich genau das gleiche statt, nur mit anderen Namen. Extrem reichweitenstarke und altbekannte Zeitungen wie der Informa oder Novosti gelangten in die Hände befreundeter Unternehmer und Politiker, sodass sein Instagram-Post von Präsident Vucic schon für eine Meldung ausreicht mit dem Untertitel Der Präsident Serbiens Aleksandar Vucic hat heute Belgrad auf dem Wasser besucht. Und also ich muss ja auch sagen, das ist wirklich ein total tolles Foto. Da ist es wirklich gar kein Wunder, dass ihm der quotenstärkste Fernsehsender Pink noch kurz vor der Wahl ein zweistündiges Interview gegeben hat, in dem wirklich fast durchgängig die Kamera auf ihn gerichtet war. Man muss dazu sagen, dass es auch in Serbien durchaus noch unabhängige Medien wie N1 oder zum Beispiel das zu Axel Springer gehörige Nin gibt. Allerdings kommen diese bei weitem nicht an die staatlich unterstützten Unternehmen heran. Dort haut man dann lieber Schlagzeilen raus wie Schock! Ukraine greift Russland an! Warte, was? War das nicht umgekehrt? All diese Vorgänge sorgten dafür, dass Serbien und Ungarn im weltweiten Index für Pressefreiheit zwischen 2013 und 2021 von Platz 63 auf 93 beziehungsweise von 56 auf 92 abgerutscht sind. Viktor Orban hat es der Organisation Reporter ohne Grenzen ganz besonders angetan, denn als erster EU-Staatsmann überhaupt steht er sogar auf ihrer Liste der größten Feindinnen und Feinde der Pressefreiheit und zwar gleich neben Bashar al-Assad oder auch Kim Jong-un. Schaut man sich die Inhalte der Medienhäuser an, fällt zunächst auf, dass die Präsidenten selbst ziemlich präsent sind, was aber an sich nichts Schlimmes sein muss, schließlich waren in Serbien und Ungarn gerade erst Parlamentswahlen. Die erste Besonderheit im politischen Kontext sprang mir auf der beliebten serbischen Plattform ping.rs ins Auge. Dort war nämlich unter anderem vom falschen Staat Kosovo die Rede, eine Formulierung, die man hierzulande wohl eher nicht vorfinden würde. Ähnlich perspektivisch geht es bei den Sanktionen gegenüber den beiden Töchtern von Wladimir Putin zu, die Anfang April von den USA verhängt wurden. Der Spiegel etwa berichtet, die USA verhängen angesichts des Krieges in der Ukraine und der Gräueltaten am Kiewer Vorort Butscha neue Sanktionen gegen Russland. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen zwei große russische Banken, sowie die erwachsenen Kinder des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des Außenministers Sergej Lavrov, wie das Weiße Haus in Washington am Mittwoch ankündigte. Die widerliche Brutalität in Butscha hat auf tragische Weise den verabscheuungswürdigenden Charakter des Putin-Regimes deutlich gemacht, sagte ein hoher Vertreter der US-Regierung. Würde ich persönlich jetzt seitens Spiegel als relativ neutrale Berichterstattung bewerten, das Zitat der US-Regierung vielleicht mal ausgenommen. Der serbische Informer ist da in seiner Wortwahl etwas direkter. Der Kreml kündigt nach dem Angriff auf Putins Töchter an, dieser Schritt ist Teil des weitreichenden Wahnsinns des Westens gegen Russland. Der Kreml sagte heute, er sei verwirrt über die Entscheidung der USA, Sanktionen gegen die Töchter von Präsident Wladimir Putin zu verhängen und beschrieb den Schritt als Teil des breiteren Wahnsinns des Westens gegen Russland. Wie der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov sagte, spricht allein die Entscheidung, Familienmitgliedern Beschränkungen aufzuerlegen, für sich. Mal abgesehen vom Wahnsinn des Westens, den die meisten in Deutschland wohl nicht so wahrnehmen, werden im serbischen Artikel die Sanktionen gegen russische Banken gar nicht erst erwähnt, ebenso wie das militärische Vorgehen Russlands in Butscha. Generell macht Butscha aktuell, wie es scheint, einen der großen Unterschiede zwischen westlichen und den serbisch-ungarischen Medien. Gefühlt kann man sich hier kaum noch vor Bildern und Informationen zu diesem Thema retten. Auch in Serbien und Ungarn wird durchaus über Butscha berichtet, allerdings nicht in diesem Ausmaß und vor allem bei weitem nicht so bildhaft. Das erste Mal, dass ich ein Bild aus Butscha gesehen habe, war in einem Artikel der Pink mit dem Titel Selenskys Stiefel für 1250 Euro, alle reden über die Sneaker des ukrainischen Führers, sie sind der Wahnsinn. Im Text selbst wird dann tatsächlich über die Schuhe des ukrainischen Präsidenten berichtet, bis einem einfällt, ach Mensch, da waren ja noch die toten Zivilisten in Butscha, ja hier noch ein Bild dazu übrigens. Weitaus weniger verwunderlich ist selbstverständlich das Abfeiern des eigenen Präsidenten. Vucic hat laut einem Artikel von Übermedien im Jahr 2021 über 100 Stunden kritiklos in verschiedenen Nachrichtenformaten gesessen und dominiert die politischen Printmedien, die zu 60% nur über ihn berichten. Aktuell sieht er sich allerdings schwer unter Druck gesetzt, da Serbien viele finanzielle Zuwendungen der Europäischen Union genießt, in den Medien aber lieber Russland und China für ihre starke Führung gelobt werden. Da verkündet man dann beispielsweise auch schon mal stolz, Präsident Vucic unter Druck, nennen sie den Namen eines Landes in Europa, das keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat, es gibt ein stolzes Land, Serbien. Im weiterführenden Text wird, wie in so vielen anderen, Zitat um Zitat des Präsidenten aus einem Interview transkribiert und veröffentlicht, indem man ganz vorsichtig eine Nähe zu Russland formuliert. Dass Zitate von Präsidenten übernommen werden, ist ja an sich nicht schlimm, doch wäre es in unserer Medienkultur wohl ziemlich unüblich, sie einfach unkommentiert als Nachrichtenmeldung auf der Startseite der FAZ vorzufinden. In Ungarn ist man da übrigens schon einen Schritt weiter. Da wird nämlich ein Facebook-Post, in dem sich Orban bei seinen Wählern für die gewonnene Wahl bedankt, einfach eins zu eins übernommen und als Nachrichtenmeldung auf die Startseite des Politikressorts geklatscht. Da kann man sich als Journalist ja echt einen schlanken Fuß machen. Lesen Sie außerdem beim nächsten Mal mehr über das Trommelorchester Steinmeiers, der sich damit ein bisschen für Inklusion stark machen will. Coole Nummer, aber diesen Instagram-Post als Schlagzeile kann ich mir nicht mal bei der Bild vorstellen. Besonders gut lassen sich die westlichen und östlichen Presselandschaften mit der Hilfe des russischen Generals Alexander Dvornikow vergleichen, der vor wenigen Tagen zum russischen Oberbefehlshaber über den Krieg in der Ukraine ernannt wurde. Was man über Russlands neuen Top-Befehlshaber wissen muss, schreibt die Washington Post. Sieben Wochen nach der russischen Invasion in der Ukraine hat Moskau in einer großen Umbesetzung einen neuen Befehlshaber, General Alexander Dvornikow, ernannt. Westlichen Beamten und Analysten zufolge übernimmt er die Aufsicht über die Kampagne inmitten zunehmender ziviler Todesfälle, weit verbreiteter Zerstörungen und langsamer Fortschritte, wobei die russischen Streitkräfte in logistische Probleme und militärische Fehler verstrickt sind. In Serbien schreibt man, Neuer Putins Meister des Krieges, der berüchtigte General, hat in Syrien eine Trendwende vollzogen und seine Ankunft in der Ukraine bedeutet noch mehr Blut. Ziemlich brutale Überschrift. Im Text hingegen wird man dann doch ein bisschen weicher als die Washington Post. Während der Kreml die Ernennung noch nicht bekannt gegeben hat, sagten westliche Sicherheitsbeamte und Diplomaten, die mit dem Wechsel in der Militärführung vertraut sind, dass General Alexander Dvornikow ein Kommandeur des südlichen Militärbezirks, der eine bedeutende Rolle in Syrien gespielt hat und einer der erfahrensten Offiziere Russlands ist. Er wird nun russische Truppen vor Ort in der Ukraine führen. In Ungarn startet ein Artikel mit den Worten, mit General Alexander Dvornikow hat er einen neuen Befehlshaber der russischen Militäroperation in der Ukraine. Der General hat zuvor Erfahrungen in Syrien gesammelt. Laut hochrangigen Beamten wurde Armeegeneral Alexander Dvornikow Kommandant des südlichen Militärbezirks Russlands zum Kommandeur des russischen Feldzugs in der Ukraine ernannt. Dvornikow hat sich in Syrien unter der Führung einer russischen Truppe einen Namen gemacht, wo Moskau seit 2015 eine Militärmission zur Unterstützung von Präsident Bashar al-Assad durchführt. Im Vergleich dazu ist der britische Guardian schon etwas emotionaler, wenn er schreibt, Der russische General, der von Wladimir Putin ernannt wurde, um die Bemühungen um einen Neustart der Invasion in der Ukraine zu leiten, spielte eine herausragende Rolle im Syrienkrieg, wo Streitkräfte unter seinem Kommando für weit verbreitete Misshandlungen gegen die Zivilbevölkerung verantwortlich waren und häufig beschuldigt wurden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Wir sehen also, General Dvornikow hat in Ungarn Erfahrungen gesammelt und in Serbien eine bedeutende Rolle gespielt. In Großbritannien aber hat er Zivilisten misshandelt und ist in den USA für weit verbreitete Zerstörung verantwortlich. Und genau hier wären wir schließlich wieder beim klassischen Framing angekommen, wodurch zwar inhaltlich oftmals über ähnliche Dinge berichtet, allerdings mit ganz anderen Worten und Zielsetzungen gearbeitet wird. All diese feinen Unterschiede ziehen sich durch viele Nachrichten der serbischen sowie ungarischen Internetportale. Insgesamt heiße ich persönlich die Entwicklungen in Serbien und Ungarn für nicht gut, wenn ich es mal sehr euphemistisch formulieren darf. Medien werden gleichgeschaltet und zu privatwirtschaftlichen Staatsorganen umgewandelt, die sich teilweise nicht mal mehr bemühen, selbst Texte zu schreiben, sondern nur noch Facebook-Posts ihrer Besitzer weiterzuleiten. Besonders ironisch wird es im Kontext der politischen Dimension, wenn Ungarn als EU-Mitglied im vergangenen Jahrzehnt eine genau solche Entwicklung durchgemacht hat und Serbien Millionen an EU-Fördergeldern erhält, da verschließe ich am liebsten auch gleich selbst die Augen und will nur noch wissen, wie ich an diese verdammt geilen Schuhe von Zelensky kommen kann. Die Mediathege bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen. Emanese GmbH www.n sukkades.it